Wenn das mit dem Iran weitergeht, haben wir vielleicht einfach bald globales Feuerwerk. Da hat sich das wieder das ganze Jahr Silvester. Gut, äh, Dino, sag doch mal was Wichtiges. Du bist doch immer so eine Aktionskünstler. Du kannst doch hier so einen Cold Opener immer machen. So ein... Ach so, die mache ich manchmal. Hier auf den Tiefkühl fahren. Ich kann einen Guck. Also, ne. Und damit ein saftiges Aloha von der flüssigen Datenautobahn. Wir sind nämlich die Profis. Und weil wir so professionell sind, haben wir uns heute noch Verstärkung mitgebracht. Wer das ist, das spoilern wir noch nicht. Nein, noch nicht. Wir haben nämlich was ganz Tolles dabei. Wir feiern außerdem heute Einjähriges. Einjähriges und die 50. Ausgabe. Also Nummer 50, kann man sagen. Anbei natürlich noch eine kleine Triggerwarnung für Leute, die das nicht witzig finden, wenn man hin und wieder mal schwarzen Humor bedient. Wir haben heute Einjähriges. Das heißt, für Jo Olli sind wir schon fast geschlechtsreif, oder? Oh, so langsam. Ich weiß ja nicht, ob unser Gast sich mit Internetthemen auseinandersetzt. Wir machen das sehr viel. Wer ist denn unser Gast, Dino? Es ist ein Gast, der unseren Hörern nicht ganz neu ist. Wir haben ihn schon einmal angesprochen oder zweimal vielleicht auch. Er taucht auch in einem deiner Videos auf. Dem Goethe in Real Life zum Beispiel. Da seid ihr euch begegnet. Meine Damen und Herren, wir haben nicht nur einen Musiker hier. Nicht nur einen Künstler. Wir haben auch einen Stadtrat hier. Einen Politiker. Einen richtigen, wahrscheinlich einen Politiker. Nicht wie ich, der seit Jahren versucht, verzweifelt in den Bundestag zu kommen, Landtag zu kommen und Stadtrat oder Bürgermeister zu werden. Er hat es geschafft. Er ist im Stadtrat. Leider für die SPD, aber immerhin. Meine Damen und Herren, Daniel Gratsch. Ja, moin. War das richtig ausgesprochen? Ja, Gratsch. Das frage ich mich auch immer. Du hast mich nie korrigiert, aber ich dachte immer... Na, wie die Stadt in Österreich. Das kann man sich gut merken. Ah, die Stadt in Österreich, die ich nicht kenne? Ja, die zweitgrößte, ja. Nach Wien kommt Gratsch. Aber Österreich ist ja auch so, ne? Österreich ist ja so... Die spinnen ja auch. Bayern der Welt, sage ich immer. Noch schlimmer. Aber Tino, du schaffst das auch noch irgendwann im Stadtrat? Meinst du? Danke. Komm einfach in die SPD, dann wird das schon. Ich drück dich auf. Nee. Ich bin kein Sattes. Echt ein guter Ansatz. Warum SPD? Das interessiert mich am meisten. Naja, primär erstmal die Jusos. Weil die Jusos sind cool. Die sind cool? Ja. Und was macht die cool? Ja, ziemlich viel. Wir hatten immer den Gag, Juso schreibt mal mit H. Ja, nee. Verstehst du? Wie findest du Leute, die bei die Partei sind? Findest du die auch cool? Na, kommt auf die Person an. Okay. Aber Tino geht noch. Also mich nicht, aber der Rest schon. Tino geht noch. Hat er eine Grenze. Ja, weil vielleicht ist das ja eine gute Überleitung zu dieser ganzen Jan-Böhmermann-Sache, die letztes Jahr. Ja, schade. Was hältst du davon? Na, ich bin ein großer Fan von Jan. Und umso schader war es dann, dass er nicht reinkam. Also nicht rechtzeitig. Leider. Ja. Naja. Aber ist er noch Mitglied? Warst du das? Ja, ist noch Mitglied, aber er kam noch nicht zum Wahlkampfhelfen. Ja, schade. Ja, muss man noch ändern. Viel versprochen, nichts gehalten. Aber soweit ich weiß, ist die Sache jetzt auch durch für ihn. Also er ist zwar noch Mitglied, aber ich glaube nicht, dass er da noch große Ambitionen jetzt hat. Er hat ja dieses eine, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, einen so einen Beitrag, wo er dann am Ende so ein Foto von sich macht. Hast du gar nicht gesehen? Er sagt, wo er politisch irgendwie nicht mehr tragbar sein will. Genau. Mit Hose runter, neben Wagenknecht und Lafontaine, glaube ich. Genau, die Stiefel sind der Hammer. Ja, echt gut. Genau das. Ja, war sehr eindrucksvoll. Also du hättest ihn als dein Führer anerkannt. Ich bin jetzt nicht Führer genannt, aber wäre schon cool gewesen, wenn man was anderes. Aber die jetzige Spitze ist auch ganz okay. Aber dieser Frage, warum SPD, da bist du schon ein bisschen ausgewichen. Also viele coole Sachen, gut. Nee, also die Juso stehen ja für viele Sachen. Also wir haben natürlich auch die Umwelt mehr im Fokus, Digitalisierung, die Gleichberechtigung, unerkennig von Geschlecht, Religion, Herkunft etc. Und ja, wir wollen auch internationaler sein, offener sein. Und ein bisschen progressiver, der linke Flügel der SPD. Das ist der optimistische Teil der SPD, liebe Leute. Ja, doch. Und vielleicht der Hoffnungsteil. Wenn du dich dem linken Flügel der SPD hingibst, warum gibst du dich nicht dem zum Beispiel mittleren Flügel der Linken an? Ist halt die Frage, was man haben möchte. Ob der Kommunismus ganz oben steht oder sagen wir mal der Sozialismus. Ist das so bei den Linken? Ich weiß es nicht, ob die so kommunistisch sind. Naja, also ich glaube, SPD versucht noch mehr Themen zu verbinden und auch mehrere Bevölkerungsgruppen halt mitzunehmen. Und ja, wenn man schon schaut, so links oder konservativ, CDU ist halt schon ein Unterschied. Und dann sollte die SPD in der Mitte sein, zwischen denen. Schafft es aber nicht immer. Also Hater würden sagen, die SPD ist immer da, wo die CDU ist in der Vergangenheit. Nur ein bisschen im Hintergrund. Ja, Hintergrund ist gut, ja. Ja, und du kämpfst dafür, dass das weiter so bleibt oder dass sich das ändert? Nee, ich möchte die SPD am Boden sehen. Wer nicht? Neue Parteikunden dann. Nein, nee, wäre schon cool, weil ich glaube schon, dass wir eine SPD brauchen auch. Wenn man es nicht wahrhaben möchte. Ja, kann schon sein. Kann schon sein, ne? Ich finde die auch nicht ganz schlimm, die SPD. Gibt es Schlimmere. Also von den Grundwerten geht es. Die Ausführung ist immer so zweifelhaft. Leider ist es das. Aber was würdest du sagen, ist für dich das Allerwichtigste? Warum du überhaupt in die Politik gegangen bist oder was, weiß ich nicht, ist für dich? Naja, ganz einfach. Wenn mich irgendwas stört, ist es das Einfachste zu ändern, selbst in die Hand zu nehmen und sagen, ich möchte politisch mitwirken. Das war der Grund, warum ich zum Beispiel in die Hochschulpolitik gegangen bin. Und dann dachte ich mir, da kann man noch mehr rausmachen. Und wenn du gleich nach einem Thema fragst, wir haben ja schon eine Klimakrise, die irgendwie nicht so präsent in den Köpfen ist bei vielen. Und da muss man auch eine SPD dazu zwingen. Dass da mehr passiert. Das Klimapaketchen ist ja echt lächerlich. Du hast dich also in die SPD eingeschleust, um sie zu Dingen zu zwingen? Dingen zu zwingen. Ja, das ist ein bisschen drastisch ausgedrückt. Aber naja, sag mal so, die Jusos haben echt schon ein gutes Konzept. Und wir sind auch nicht wenige und versuchen da, was entscheidend ist, auf die Beine zu stellen. Und auch die SPD in die richtige Richtung wieder zu schubsen, hat jetzt durch die neue Spitze ja etwas geklappt. Und ja, fast jetzt auch mit Artikel 13 ja geklappt. Aber naja, beinahe. Wir haben in der Partei auch sehr viele ehemalige Jusos und SPD-Mitglieder. Das finde ich immer sehr schön. Ja, könnte auch mal umgekehrt sein. Nee, lieber nicht. Ich sehe schon, ihr habt hier ein bisschen Raufhändel. Nein, gar nicht. Ich finde die SPD ja nicht so schlimm. Es ist ja okay. Ja, man kann sich schon ertragen. Ja, es geht. Es gibt Schlimmeres. Ja, aber ganz ehrlich, hier mal ein AfD-Politiker oder so. Wenn du einen kennst. Wenn du den nicht gleich zusammenschlägst, Tino, dann bin ich da offen. Das ist ein Reflex. Aber du musst aufpassen, die schießen gerne mal in der Öffentlichkeit. Ja, ich glaube auch. Können wir gerne machen, wenn du einen kennst, vielleicht bei uns aus dem Stadtrat. Na, was heißt kennen? Vom Namen her, vom Gesicht her. Aber mehr ist da jetzt auch nicht. Aber ihr könnt ja einfach mal zu einer Stadtratssitzung gehen und danach abpassen. Und fragen, hey, habt ihr Lust? Ein Podcast. Also wenn ihr das wollt. Ein Podcast während der Stadtratssitzung wäre lustig. Ja, also Tino ist ja immer relativ radikal, was rechte Leute angeht. Ich versuche immer so ein bisschen beide Seiten zu beleuchten. Obwohl ich jetzt nach der letzten Woche so auch ein bisschen radikaler denke. Ich habe dir ja auch was geschickt und so. Können wir auch gleich nochmal besprechen. Also wenn für dich schon radikal ist, ja Nazis erhängen zu wollen, dann bin ich halt radikal. Das haben ja die Alliierten gemacht. Die haben ja auch Nazis krank. Ich rede ja von den Nazis, nicht von den jetzigen. Ja, nein. Also wir haben das ganz oft mit dem Beispiel Oma Gerda bei Pegida. Die ist halt nicht unbedingt das gleiche wie Leute, die eine Todesliste erstellen. Und das versuche ich immer so ein bisschen zu differenzieren. Ich auch. Stehe ich auch auf einer Liste? Tino steht wohl auf einer Liste. Ich stehe nur auf einer Liste der bestaussehendsten Leute. Nee, wir vergessen die Nazis immer. Die beträngen mich immer in der Realität. Aber ich habe Freunde, die auf dieser Liste standen tatsächlich. Auch von ein paar Teilen mitgliedern. Auf dieser einen, aber standest du nicht auf irgendeiner anderen irgendwie so? Es gibt auch noch so eine AfD-Liste. Also Leute, die online Petitionen unterschrieben haben etc. Und da sind auch ausgewählte Leute dabei, die bei mehreren Petitionen dabei waren. Und deswegen stehe ich auch auf so einer Liste. Echt? Ja, wunderschön. Voll toll, den Namen da zu lesen. Das macht einen glücklicher. Kommst du da auf Partys von der AfD irgendwie kostenlos rein oder so? Ich stehe auf der Liste. Reinkommst du aber raus. Nee, aber vom Bekannten von mir, die Tochter war drauf. Wie alt ist die? So acht oder neun. Ernsthaft? Krass. Okay. Was hat die gemacht? Nichts, das hat die Tochter von ihm. Ah, aber er stand nicht drauf? Nee. Ja, geil. Ja, es ist schon sehr zynisch, ne? Lass uns mal was Schönes reden. Mir wurde ein Video zugeschickt zum Thema 2019. Und zwar das missglückte Attentat des Halle-Neonazis. Es gibt jetzt eine neue Version, eine neu geschnittene Version von seinen Fail-Zusammenschnitten, wo dann so ein Counter ist, wie oft er seine Waffe fallen lässt. Ist auch einer der Highlights, beziehungsweise Lowlights des vergangenen Jahres. Ich meine, du hattest ja ein gutes Jahr, du bist ja letztes Jahr in den Startrat gekommen. Ja, schon letztes Jahr, ne? So, was waren denn sonst so deine Highlights des Jahres? Weil dann würde ich das kurz überleiten, dass wir kurz noch, ne? Wir haben übrigens letzte Woche überhaupt keine Note vergeben, Tino. Nee, stimmt. Wir waren irgendwie zu sechst, ja? Wir waren ein bisschen abgelenkt. Und keiner hat dran gedacht von den sechs Leuten. Ja. War meine Schuld. Ja, was war denn für dich irgendwie letztes Jahr das Beeindruckendste oder das Schlimmste oder das, was am meisten den Ton des Jahres irgendwie angegeben hat oder so? Also das ist nicht privat, ne? Auch wenn du willst, kannst du auch privat was sagen. Privat was einfach. Da würde ich sagen, ich habe den praktischen Teil meines Studiums abgeschlossen. Das ist schon mal was für mich, dass ich das geschafft habe. Ansonsten, keine Ahnung, also ich würde schon sagen, dass es war ein Wahljahr und dass die AfD so krass viel gewonnen hat. Das war ein Highlight, ja. Nee, es war ein negatives Highlight, ja. Auch in Weimar, ne? Ohne Wahlplakate, ohne Internetseite, ohne Flyer, etc. Aus dem Stand heraus elf Prozent. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob das normal ist, was hier gerade passiert. Wir sind, ihr habt es längst an der Tonqualität vielleicht gemerkt, im Ranzstudio. Was war es hier? Sollen wir das Passwort? Kannst du das Passwort kurz sagen? Ho, 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 Passwort ist 1234. Lustig. Die sind aber hier super sicher bei Radio Lauf. Es gab ein Plakate von der AfD hier und zwar so Richtung, wie heißt dieses Hotel? Da oben, das R'n'B, nee, das Hostel. Was ist das denn? Was ist das denn? R'n'B? Nee, R'n'B. Das ist das R'n'B-Hostel, genau. Und da hing, also ganz Großes, wo nur draufsteht, Wahrheit, Ausrufezeichen, AfD. Also eine Landtagswahl, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Also ich kann mich ziemlich nicht daran erinnern, aber... Eines Abends langgelaufen, da habe ich das gesehen. Also ja, es war auch so erschreckend für mich, dass ich dann, was war danach? Es war erst Europawahl, da war es ja schon so ein bisschen so. Und was, wir haben dann Landtagswahlprognose gemacht. Stimmt. Und ich war super optimistisch, weil ich das gar nicht so auf dem Schirm habe, dass das in Thüringen auch so ist und habe irgendwas, was habe ich, 15% oder so? Ja, ich dachte noch, pfff. Ja, das war, also... Und dann waren es fast 25%. Ich hatte immer so, ach ja, Sachsen, Sachsen, ne? Aber nein, wir haben es hier vor der Tür. Sachsen sind immer die anderen, wir nicht. Also zum Glück gibt es wirklich sehr viele alte Menschen. Die einzige Bevölkerungsgruppe, 60 plus, hat eben nicht die AfD. Überraschenderweise, ja. Aber die wählen halt auch leider relativ viel SPD über, ne? Aber ich glaube eher links. Echt? Naja, links auch, aber auch SPD, dachte ich. Ja, das ist umso besser für uns, ne? So auch Gewohnheitswähler. Die Partei wird nur gewählt von Minderjährigen. Von mir vor allem nur und von Minderjährigen. Aber das muss ich sagen, wir hatten auch mal, ich glaube, 30. Ausgabe oder so war das. Da sind wir durch die Stadt gelaufen, haben Leute gefragt, was sie wählen zur Landtagswahl. Das waren fast alles Grüne, ne? Es waren sehr viele Grüne. Es war halt einer dabei, der SPD gewählt hat. Und ist jetzt egal, ob es SPD ist oder sonst was. Er hat halt gesagt, ja, die habe ich halt vor zwölf Jahren schon gewählt und mach ich halt wieder so. Und das finde ich halt nicht so gut. Also wenn dann aktiv damit auseinandersetzen, aber nicht, ja, vor zwölf Jahren habe ich die mal gewählt, ich bleibe dabei. Das finde ich ein bisschen kurzsichtig. Aber so wissen wir wenigstens, dass wir Politik machen, die ankommt, ne? Bei allem zumindest. Also dein Highlight des Jahres AfD. Ja, negativ Highlight. Ja, dann hast du vielleicht noch ein positives Lowlight. Ja, also ist irgendwas Schönes noch passiert, was dich bewegt hat? Also global gesehen oder? War ein depressives Jahr, scheinbar. Es war sehr viel Wahlkampf, das war anstrengend. Stimmt. Aber ich bin froh, dass 19 jetzt nicht, äh, 20, 20, 20, 20, keine Wahl, also voraussichtlich. Nicht für uns, ja. Ja. Was war euer Highlight oder Lowlight? Der Podcast hier, jede Ausgabe war ein Highlight. Jede Ausgabe-Podcast war ein absolutes Highlight. Könnt ihr alle nochmal einhören. Ist wunderbar. Ja, also ich höre generell gerne mal wieder rein. Das ist wirklich sweet. Nicht zuletzt, weil ich jetzt auch nochmal die ganzen Wertungen mir raussuchen musste. Aber es war wirklich, das war jetzt gar nicht so eine Flachsrakete. Das war schon ein bisschen ein depressives Jahr, ne? Du hast schon gesagt, das war das richtige Jahr, um mit dem Podcast anzufangen. Auch das, das definitiv. Wenn ich jetzt mal unsere Highlight-Sendungen, also von den Wertungen her vorlese, wir haben die neunte Ausgabe gleich mit Christchurch, ja, haben wir neun von zehn gegeben für diese Woche. Ja. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen zynisch, aha, diese Woche ist viel passiert, haha, Christchurch, dies, das, geben wir eine neun von zehn. Aber das war ein krasser Auftakt fürs Jahr auf jeden Fall. Das war die letzte Ausgabe noch mit deinem Handy damals, ne? Ja, genau. Auf dem Klo damals, Matrium. Und ein guter Kumpel von mir, den kennst du ja auch, Kalle, mit dem hast du auch ein Bild gemacht. Der war halt in Christchurch, als das passiert ist. Und das war halt echt, das war dann für mich nochmal härter so. In der Rehbahn, ne? Genau, ja. Das kenn ich gar nicht. Oder kenn ich das? Ne, ich glaub, er hat's nur mir geschickt. Okay. Das war Halloween, glaub ich. Oder nee, davor? Ne, es war, oder? Halloween könnte es auch gewesen sein. Aber es ist schön, dich auf Party immer zu treffen. Im Funkhaus war Halloween, oder? War das nicht Halloween? Ne, das war doch, das war immer Party. Ah ja, stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall schön. Oder auch China. Anders als Christchurch. Oder China hat sich durchgezogen, zum Beispiel. Wir haben jedes Mal über China gesprochen. China, also Hongkong, ja. Hongkong, du warst der Erste quasi auf der Welt, der darüber gesprochen hat. Ich hab die Welt darauf aufmerksam gemacht, dass in Hongkong die Leute auf der Straße sind, ja. Seit mittlerweile sieben Monaten fast, glaub ich. Ich glaub, wir sind im siebten Monat. Oh. Aber davor war noch Sri Lanka. Das war dann gleich in der 15. Ausgabe. Hat aber die Leute nicht so interessiert, weil Christchurch ist mehr westlich, ne? Sri Lanka, die Asiaten, das interessiert uns doch nicht. Nicht wirklich. Deswegen hat Sri Lanka auch nur eine 8,5 bekommen. Ja. Das war ein halber Punkt Abzug für die Kultur. Aber gleich zwei Episoden später kam das Schlimmste von allen. Tinos Shitstorm. Oh, ja. 8,5. Ja, das war auch nice. Wäre für mich eine 11 gewesen, wenn du mich fragst. Ja. Vielleicht kennst du den auch, wie heißt der? Michael Stürzenberger. Kennst du den? Sag mir grad nix. Der war jetzt auch vor zwei Wochen wieder in Erfurt und er hält dann immer so Reben. Ich find den auch noch okayer als manch anderen. Aber ist jetzt, ja, ist jetzt nicht der allergeilste Typ, der erzählt dann halt, wie gefährlich der Islam ist und so. Ah. Er versucht, nicht wirklich einen Dialog zu führen. Er spricht dann mit Kindern und dumm aussehenden Leuten wie mir? Hat er in Erfurt halt nicht gemacht so. Ja. Deswegen, ich sag nicht jetzt, dass der nur scheiße ist, wenn man das macht, was er macht, nur halt irgendwie ein bisschen wenig. Also er will, du merkst halt, dass er nicht wirklich einen Dialog führen will. Er hält das Mikrofon zu Leuten hin, die sagen kurz einen Satz und dann redet er aber sofort weiter, was seine Meinung ist. Ja. Und so funktioniert es halt meiner Meinung nach nicht. Ja. Er hat mich eben auch interviewt und ich hab dann halt, es war mega laut. War das 1. Mai oder was war da? Nee, das war einfach irgendeine Demo da gegen Islam. Wo so zwei Leute da standen, die gesagt haben, wir sind das Volk. So eine Demo war das. Beide, genau, die waren das Volk. Ja. Der kam ja der Schützen, der hat auf mich zu, hab mich interviewt und ich hab nichts verstanden. Ah, klar. Der YouTuber, der, der, genau, genau, genau. Ja, und ich hab die Frage nicht gehört. Ich hab die Frage nicht eingegriffen, war das genau da, wo die ganzen kleinen Kinder da vorne an mich zaubern waren? Genau, genau. Gut, ja. Die ganzen kleinen Kinder und Tino. Und Tino. Story of his life, ja. Er ist die Kinder, die halt echt nicht so richtig wussten, wie sie mit ihm umgehen sollten und dann ich, der eigentlich von sich behauptet, gelegentlich eloquent an Natur zu sein, aber an dem Tag hab ich nichts verstanden von seinen Fragen, weil die alle um mich herum gefiffen haben und geschrien haben, dass er abhauen soll und weil ich dann dreimal nachgefragt habe, was, wie bitte? Hab ich irgendwann irgendwas geantwortet, so von wegen, ja, ich würde ausdrücken, dass damals ja gegen die Juden gehetzt worden ist, von den Nazis, heute sind halt die Muslime so die Opfer von allem und über die gehetzt wird. Ich hab's halt sehr kurz gefasst und gesagt, Moslem sind die neuen Juden, so. Hab's halt echt sehr kurz gefasst und das kam nicht so gut an, auch parteiintern und überhaupt. Es kam auch überraschend viel Zuspruch von Leuten, dass ich halt der einzige wäre, der so ein bisschen Paroli bieten konnte, dem Stürzenberger, aber trotzdem war es jetzt kein so tolles Ergebnis von mir, nicht meine Sternstunde und ein Freund meinte dann zu mir, ein Möchtegern-Politiker muss deshalb abkönnen. Da hab ich gesagt, ich bin mir sicher, dass ich mich wie ein Möchtegern-Politiker verhalten habe. Mein Highlight des Jahres, muss ich sagen. Es ist ja auch nur groß geworden, weil das irgendjemand in Facebook gepostet hat und da, ich weiß nicht warum, aber genau da wurde es halt ultra krass geteilt, auf YouTube hatte das Video gar nicht so viele Augen. Und auch so einen Reaction-Youtuber, den du dann geschickt hast, der dann auch darauf reagiert hatte. Der selber irgendwie Moslem ist oder so, ich glaube. Nee, er war Moslem, ist jetzt Christ, ganz überzeugt, er ist ins nächste Extrem gerutscht, ist jetzt total Christ des Todes. Und dann gab's auch Widersprüche, ja, dann auch mein Interview quasi dann reviewed, reacted und meinte erst, ja, der Typ hat keine Ahnung vom Islam, er will sich hier hinstellen, dann als ich aber Stürzenberger über das Christentum befragt habe, hat der Typ dann gesagt, ja, Stürzenberger muss nichts über die Bibel wissen, so, weißt du, weil Stürzenberger immer die Bibel verteidigt hat und als ich sagte, dass ich den Islam nicht kenne, also nicht so gut kenne, aber ihn verteidige, war ich der Dumme, aber Stürzenberger macht das gleiche mit dem Christentum und er war dann der tolle Typ, der schlaue Mensch. Hat sehr an dir gelagt, bis heute. Man merkt ja. Ich hab's vergessen inzwischen. Ja, komplett. Ich hab's verdrängt. Ja, nach dieser siebzehnten Ausgabe war auch dann erstmal ein bisschen ruhiger, also wir hatten dann immer mal eine sieben und so, aber in der neununddreißigsten Folge erst kam es wieder mit einer neun daher, nämlich Halle, hatten wir auch schon angesprochen. Das ist natürlich im Verhältnis zu Christchurch nicht so krass war, aber durch die Nähe, wir hatten das ja jetzt auch öfter mal, wenn die Bild-Zeitung berichtet, hier in Sri Lanka, 20 tote Menschen, waren viel mehr, aber egal, jetzt nur als Beispiel, 20 tote Menschen, davon ein Deutscher, das ist dann erst die Sensation und deswegen muss natürlich Halle auch besonders hoch bewertet werden. Ja, dann sechs Folgen später, 45. Ausgabe, das Amtsenthebungsverfahren. Ja, Impeachment. Da ist natürlich nicht nur das gewesen, sondern auch die ganze Sache mit Prinz Andrew, ja, die auch nochmal, Appsteam war davor ein bisschen, aber das war nochmal aufgeheizt sozusagen und da haben wir auch eine 8,5 gegeben. Zu Recht. Hatten wir jemals eine 10? Eine 10, glaube ich, ne? Wir hatten gesagt, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht, was ein sehr gutes Stichwort ist, mit dem Iran gerade, zumindest trendet es auf Twitter gerade, World War 3 als Hashtag, dann kommt die 10. Verstehe ich nicht, ist doch nur Iran und USA, ist doch nicht die ganze Welt. Das sind ja mitten im Thema, wow. Was ist passiert, Robin? Wer hat wen getötet? Wer war zuerst der Böse? Naja, also im Zweifel immer die Ausländer. Ja, ganz klar. Nein, Trump hat angeordnet, den Qasem Soleimani, ja, ich halte meine Hand nicht ins Feuer, dass das jetzt perfekt ausgesprochen wurde, aber wirklich gezielt zu liquidieren, so mit so ganz speziellen Raketen, die irgendwie, ne, genau so gezielt finden. Der war kurz vor einem Flughafen gerade oder so, bam, Rakete drauf, nicht gut. Das ist quasi der, so ein Militäroffizier gewesen, man sagt die zweitwichtigste Person nach dem Supreme Leader im Iran und jetzt könnte die Kaka am Dampfe sein, weil das ist nicht so ein cooler Move, tatsächlich. Der hat Trump Scheiße gebaut, ne? Wahrscheinlich aus seinen Augen nicht, ne? Ich glaube auch nicht, weil das von Trump auch beauftragt wird. Ja, ja, genau und das Geilste daran ist, es gibt auch so ein Subreddit, das heißt Trump criticizes Trump, wo dann seine aktuellen Taten mit seinen Tweets aus der Vergangenheit ins Verhältnis gesetzt werden und es gibt über 10 Tweets aus 2014 bis auch 2016, wie er sagt, ja, guckt mal, wie der Obama, ich wette, der Obama wird jetzt einen Krieg mit dem Iran anfangen, nur um zu beweisen, was er für ein Tough Guy ist und nur solche Tweets, ja, und genau das könnte jetzt halt passieren. Also es ist gerade noch, es ist irgendwie vor, keine Ahnung. Also steuern wir auf eine 10 hin quasi. Wir steuern vielleicht auf eine 10 hin. Ich drücke mal die Daumen, dass es nicht so kommt, aber ich glaube nicht, dass der Iran sagt, ja, cool, gefällt mir. Ach doch, kann das sein, dass der E-Krad weggemusstet? Gibt es ein Like. Gibt es ja nicht mehr Likes. Ich glaube, der iranische Supreme Leader, wie heißt denn der da richtig, also Präsident, dass der jetzt, der liked jetzt die Tweets von Trump nicht mehr. Ist ihm entfolgt. Ja, ist ihm entfolgt. Habe ich aber bei der Gelegenheit gesehen, dass Obama viel mehr Follower auf Twitter hat, das dachte ich gar nicht. Als Trump? Ja, der hat nämlich 111 Millionen Follower und Trump nur so 70 Millionen. Das muss ganz schön schwer dem nagen. Obama war ja auch viel länger Präsident bisher. Bisher. Ja, also ich weiß nicht, den Dritten Weltkrieg ausrufen, dadurch finde ich schon ein bisschen weit gegriffen, aber... Der Zweieinhalbte vielleicht. Es ist halt ein bisschen, ich weiß nicht, ob du jetzt schon noch mehr weißt, ich habe jetzt die letzten zwei Stunden nicht nochmal mich damit beschäftigt, aber es ist ja gerade noch aktuell am passieren, deswegen gibt es ja jetzt noch die neuesten Entwicklungen und nicht. Naja, die Regierung in den USA sagt halt allen, die in Iran sich gerade aufhalten sollen, bitte sofort das Land verlassen. Das ist auch sehr spannend. Also liebe Hörer aus dem Iran, passt auf. Genau. Ich habe nur noch was kurz vorher gelesen, dass quasi gerade mehrere Flugzeuge, weil das ja an einem Flughafen war, dieser Anschlag, oder diese gezielte Tötung, dass mehrere Flugzeuge aus den USA gerade im Begriff sind, im Iran zu landen. Mit dieser Nachricht sitzt du dann im Flugzeug und denkst, oh ja, jetzt land ich in diesem Land als Amerikaner, juhu. Cool. Ja, also das ist schon echt hart. Wir werden sehen, was da jetzt noch genau... Es kann sein, wenn ihr die Ausgabe hört am Sonntag, dass da alles schon vorbei ist quasi. Dass sie gar nicht mehr ausgestrahlt wird. Ja, vielleicht hören sie die Folge auch schon gar nicht mehr. Oder irgendwelche Zivilisationen in tausend Jahren hören dann diesen Podcast. Und denken sich, Mann, der Tino, wie gut er sich geschlagen hat gegen den Stilzenberger. Das war eine neue Idee. Ja, parallel dazu war auch Trump nochmal eine Kritik, weil er Eddie Gallagher, einen verurteilten Kriegsverbrecher, der einen 15-jährigen Jungen erstochen hat und dann gepost hat, beziehungsweise seinen Trupp gezwungen hat, vor der Leiche zu posen für ein Bild, der wurde von Trump freigesprochen sozusagen, also der Präsident kann ja so ein Pardoning, kann der ja machen, zu sagen hier... Begnadigen, ne? Genau, begnadigen. Du hast zwar Scheiße gebaut, aber ich vergebe dir das. Ja. Und da ist er gerade auch ganz groß in der Kritik, weil er halt einen verurteilt ist. Nicht nur, da gibt es diese Anschuldigung, sondern es wurde quasi schon verurteilt. Also es ist bestätigt, dass er... Brauchst du nicht auch einen Grund dafür, ihn zu begnadigen, dass er sonst irgendwie toll ist? Ja, ja, er hat gesagt, unsere Truppen, da müssen wir zustehen und so. Da vermuten jetzt halt auch viele den Move für die Wiederwahl, ne? Dass man sagt, ach guck doch mal, der setzt sich für unsere Truppen ein. Aber es ist halt einfach ein Psychopath, der gezielt Frauen und Kinder irgendwie angegriffen hat und auch irgendwie auf einen Zwölfjährigen geschossen hat und so Geschichten. Kann man sich mal reinlesen, gibt es jetzt auch eine Doku auf Hulu mit geleakten Videos wie seine Navy Seals, ja? Also die toughesten Guys, die halt, ne? Dieses Militär, oh wir sind die Geilsten, wir sind Brüder und Schwestern und so. Wenn die gegen dich aussagen, ich glaube, da hast du schon echt viel Scheiße gebaut. Und genau solche Videos gibt es halt so von so verhören. Und der läuft bald wieder frei rum. Der läuft jetzt gerade frei rum. Das ist aber schön. Der hat auch einen Instagram-Account, könnt ihm folgen, 17.000. Ja, es ist so lächerlich. Es ist halt ein Serienmörder, der jetzt frei rumläuft, obwohl er verurteilt wurde. Das ist schon hart, ne? Eddie Gallagher, geiler Typ. Naja, aber was viel schlimmer war. Schönen Sie noch ein bisschen die Freiheit. Was viel schlimmer war als das alles, Tino. Es gab einen Chor, der hat unsere Omas als Umweltsäue bezeichnet. Das geht gar nicht. Apropos Todesstrafe und ja. Ja. Tino, was hältst du denn davon? Ich finde es halt so witzig, dass das halt Kreta zu beleidigen ein Sport geworden ist. Ja, man darf die als Schlampe, Nutte bezeichnen, die muss durchgefickt werden. Und alle lachen darüber und klopfen sich auf die Schulter. Da kommt so ein Kinderchor ja und singt halt über eine fiktive Oma, die eine Umweltsau ist. Weil die mit einem SUV zum Arzt fährt. Und dann brennt halt ein Studio so, also gefühlt. Vor allem die letzte Strophe heißt ja eindeutig, dass sie eben keine Umweltsau ist. Also, es ist doch so banal. Es wurde absichtlich missverstanden. Ja, klar. Witzigerweise ist das kurz später auch nochmal passiert. Da gab es nämlich von, warte, das ist auch früher hochgeladen worden. Irgendwie am, wann, genau, 3.1.2018 oder so, gab es schon auch mal so ein Video. Und da hat ein Chor über Polizistenschweine gesungen. Und da ist es exakt das Gleiche. Man will darauf aufmerksam machen, dass in der Rapmusik, die haben halt Songs gecovert von Haftbefehl und so, dass in der Rapmusik halt die Polizei so das Feindbild ist. Und um darauf aufmerksam zu machen, im Rahmen einer Doku von STRG-F, kennst du bestimmt, STRG-F, so ein YouTube-Kanal, haben sie halt einen Chor etabliert, der diese Texte singt. So, fick die Polizisten. Kennst dich ja vielleicht mit aus. Noch nie gehört. Noch nie gehört. Ja, und genau das wurde dann auch falsch verstanden. Oh, guck doch mal, was die jetzt mit unserem Rundfunkbeitrag machen. Es wird hier von unserem Rundfunkbeitrag unserer Exekutive gewickt. Es war so lächerlich, dass der Sender nicht mal dahinterstehen konnte. Oh ja. Ja, und er wird neuer ARD-Chef. Ja, und das ist für mich halt auch immer wieder so ein Zeichen, dass irgendwie gerade die Rechten, die immer sagen, hier, ihr seid doch alle Snowflakes und so, die triggern ja am härtersten, wenn sowas kommt. Aber der Song hat aber auch recht, finde ich, der Song. Denn ein paar Tage später oder Wochen später hat ein Affenhaus gebrannt an Silvester. Wer war schuld? In der Zoo war das das? Eine Oma war schuld. Eine Oma und ihre beiden Kinder. Ja. Die haben nämlich so Leucht, wie heißen diese Flugdinger, hab ich mir vielleicht aufgeschrieben, Himmelslaternen haben die gezündet. Die Dinger sind die nicht sogar illegal? Ja. Ja. Nicht nur eine Umweltsau, auch noch eine Kriminalsau. Nein. Abgestürzt beim Affenhaus und das hat dann gebrannt. Ja. Und jetzt haben sich eine Oma und ihre zwei Kinder quasi gestellt. Haben die sich bekannt? Wie is es so? Übrigens, wir waren es vier. Wenn es nicht der IS war, dann waren es die Omas. Ja, okay. Ja, also mit Grefelder Zoo habe ich mich nicht so beschäftigt, aber gut, dass du da investigiert hast. Da sind 30 Affen gestorben. 30 Affen? Voll traurig, ja. Das ist ja fast, als würdest du insert AfD-Spruch hier. Ich wollte es ausklammern, aber du hast recht. Ja, also ich wollte eigentlich, bevor du jetzt zum Grefelder... Ich habe so eine gute Überleitung vom Grefelder Zoo gehabt. Mach mal. Spulen zurück. Spulen zurück. Ich wollte nämlich für diesen Polizisten-Dings nochmal repräsentativ was vorlesen. Ich habe nämlich einen Screenshot. Steuerung F hat dann angepinnt vor drei Tagen, als dieser Shitstorm da... Also, ne? Das war über ein Jahr online. Alle haben es verstanden. Alle fanden es lustig. Dann macht irgendein AfD-Politiker darauf aufmerksam. Guckt mal, jetzt reden die hier über unsere Polizisten. Was fällt denen ein? So, und dann kommt auf einmal ein Übelzer Shitstorm auf dieses Video. Daraufhin pinnen sie an, dass die Leute das völlig falsch verstehen. Und vielleicht auch mit Absicht. Also, das lese ich jetzt nicht vor. Das ist auch zu lang. Es ist ein echtes Problem. Wir haben darüber eine Doku gemacht und haben die Doku auch verlinkt. Die genau beweist, dass quasi das, was sie kritisieren, ist genau das, was die Uploader kritisieren in ihrer Doku, die da verlinkt wurde. Und der oberste Kommentar dazu, die oberste Antwort, mit wesentlich mehr Likes auch, ist von Gisela H. Seid ihr noch ganz dicht? Geht arbeiten. Euer Gekrechte will niemand hören. Total Verblötung. Wie viel Salär verdient man damit? Schämt euch. Alles gespeichert. Wird der Nachwelt präsentiert. Anzeige ist raus. Löscht euch. Da kommt jemand und sagt, hier, Fakt ist das. Und die Gegenseite sagt, das finde ich sehr gut, repräsentativ. So viel zum Thema Eloquenz. Ja. Die arme Gisela. Ja. Krefelder Zoo, Mann. Ja. Da kannst du dich herdrücken. Du hast ihn zu früh geholt. Ich wollte sagen, fast so schlimm wie das Feuer in Australien war der Krefelder Zoo. Schlimmer sogar. Schlimmer. Wenn unsere deutschen Affen hier abbrennen. Die Bild-Zeitung sagt, 30 Affen gestorben. Davon 30 Deutsche. 30 Deutsche. Wir haben auch erst gelesen, 30 Affen verbrannt. Ich dachte, dass das ein AfD-Bürogebäude gebrannt hat. Aber es ist doch nur ein Zoo gewesen. Ja. Jetzt hast du es gemacht. Toll. Weißt du? Weil du es ja angefixt hast. Ja. Ich habe ja extra das offen gelassen. Inside AfD-Referenz. Danke. Das ist sehr traurig. Wir haben den letzten Podcast, gut, der ist wegen Neujahr und so, wirklich sehr schnell entstanden. Da habe ich das Australien-Ding relativ präsent im Titel und Thumbnail gemacht. Aber wir haben gar nicht drüber gesprochen, so wirklich. Nur ganz kurz. Nur angesprochen, ja. Es brennt halt dort. Ja, da es immer noch brennt und immer mehr brennt. Ja, gut. Was geht mich da an? Ja, dachte ich, genau das ist nämlich der Punkt. Ich habe nämlich, habe ich ja vorhin auch schon angedeutet, habe gesagt, Christchurch bewegt uns mehr als Sri Lanka, weil es halt westlich geprägte Welt ist. Neuseeland, Australien. Aber vielleicht ist die Theorie doch nicht so ganz richtig, weil Australien brennt halt und trotzdem interessiert es halt irgendwie irgendwie. Die Lunge der Welt, sagt man. Ne, das ist Amazonas. Das ist Brasilien beziehungsweise Südamerika. Das ist Australien die Wüste der Welt. Ja. Ah. War ich vertauscht, sorry. Australien hatte ja diese zwei heißesten Tage in Folge über 50 Grad. Jetzt brennt es da. Es gab auch eine Petition, kein Silvesterfeuerwerk zu machen, zu Silvester, passenderweise. Ist nicht durchgekommen. Schade. Aber war auch ein bisschen Quatsch, weil die haben halt gesagt, ey, das Geld dafür auszugeben ist Quatsch. Nur das Geld wurde vor einem Jahr schon ausgegeben. Also das wird ja immer im Voraus geplant und so. Also ist es ein bisschen Quatsch, von dem Standpunkt her zu sagen, ey, wir geben das Geld jetzt nicht aus, weil es ist ja schon ausgegeben. Und wenn es passiert, in Sydney Feuerwerk, da kommen ja auch viele Touristen, da verdient man auch Geld mit. Also der Punkt hat nicht ganz gestimmt. Aber ich habe jetzt auch zu Silvester gedacht, ey, einfach mal dieses Scheiß, also das ist halt so unnötig. Klar, hast du geknallt? Ich habe nicht geknallt. Sehr schön. Also Heinrich hatte ein römisches Licht, das habe ich angemacht. Aber so dieses, ich weiß nicht. In China machen sie das jetzt mit Drohnen zum Beispiel, das ist doch geil. Hä? Die haben einfach Drohnen programmiert, die leuchten im, also nicht so Drohnen, die im Iran irgendwelche Leute abschießen. Nee, nee. So kleine. Ab nach Krefeld. Genau, kleine Drohnen, die leuchten. So, und die sind dann vorprogrammiert und die machen dann so Figuren am Himmel. Das ist doch geil. Das ist viel cooler tatsächlich, ja. Ja, knallt halt nicht. Wir hatten das auch, wir waren ja am Bahnhof und es war halt auch wirklich irgendwie eine Fehlfunktion. Da ist ja ein, so ein Feuerwehrmann ist da immer, der das da verwaltet. Und ich glaube nicht, dass das absichtlich ist, dass dann mittendrin auf einmal so gerade, so im 90 Grad-Wing, also quasi parallel zum Boden in alle Richtungen was wegschießt. Das war ein bisschen gefährlich. Nee, eigentlich nicht. So, und das passiert mit Drohnen auch nicht. Naja, auf jeden Fall Australien brennt. So. Man hat ganz viele Videos gesehen, wie Leute extra auf den See rausfahren mit ihren Autos. Sind die auch echt die Videos? Die bestimmt. Was, wenn die von Greta persönlich gefälscht worden sind? Wahrscheinlich. Die hat die selber zusammengestrickt. Die hat bestimmt Paint zu Hause und Photoshop und sowas. Dumm. Du hast ja an Herodes gesehen, wie einfach es ist, einen Film zu animieren mit Paint. Das macht sie auch. Ja, hab ich gesehen. Da kommt übrigens was Neues. Teil 2. Borderlingo 2 ist in der Röhre. Ich hoffe, ich komm darin vor. Ja. Herodes, ich hoffe, ich komm darin vor. Würde mich sehr freuen. Ich wollte trotzdem noch was sagen. Genau, es gab auch so eine öffentliche Warnung. Und das ist mir auch bis zu dem Zeitpunkt nicht bewusst gewesen. Es gab halt von der Regierung dann so eine Warnung. Hier, Leute, die bei brennenden Wäldern gerade rumlaufen, passt mal auf, dass die Hitze dich ja auch töten kann, wenn du gar nicht im Feuer stehst. Weißt du, wenn rundherum alles brennt, dann ist es halt so heiß, dass du auch so stirbst, um das Feuer überhaupt zu berühren. Oder auch der Qualm, oder? Ist auch richtig. Ja, der Qualm, da kannst du dich ein bisschen so beim Wasser schützen, aber es ist schon echt hart. Aber es interessiert halt irgendwie keinen. Irgendwie nicht tatsächlich. Was muss brennen, außer Notre Dame, dass der Westen sagt, okay, jetzt ist es irgendwie nicht so. Ja, ein Affenhaus, Notre Dame. Affenhaus, stimmt. Notre Dame, wo fünf Affen drin sind. Ich glaube, dann ist sofort Kohle von 0 auf 100 einfach weg. Oder das Internet muss brennen. Das stimmt. Wenn irgendeine Firewall anfängt. Das heißt, wenn wir die 10 von 10 ausrufen, brenn.internet sagt, jetzt ist es soweit. Jetzt war es das. Dann wird auf einmal auf fossile Energie geschissen. Facebook-Brennt, Instagram-Brennt. Könnte nicht gelöscht werden. Ja, also es ist spannend. Wie siehst du das? Du hast eben genickt, du willst auch kein Feuerwerk mehr. Ja, es wäre geil. Was sagt die SPD zu Feuerwerken? Leider nicht die SPD, aber ich sage Feuerwerk ist echt unnötig. Ich glaube, wenn man halt eine Alternative schafft, wäre es halt nicht so schlimm. Wenn du von heute auf morgen sagst, ey, ihr dürft jetzt halt keinen Silvester mehr feiern. Sozusagen, das kommt ja bei den Leuten an. Ja, aber ist ja auch wieder voll übertrieben. Natürlich, aber so werden sie es bewerten. Also anders nennen quasi. Wir fallen jetzt Schmöllwester und wir... Schmöllen oder Schmöll? Schmöll. Oder Schmöllwester. Wir sitzen zu Hause und schmollen. Richtig. Nein, aber stell dir mal vor, wenn von heute auf morgen sagen wir, hey, kein Silvester mehr, keine Knaller mehr, keine Raketen mehr, aber überall fliegen Drohnenbunden rum. und machen den Himmel schön. Nur weil es so als Beispiel. Oh, die deutsche Tradition. Nee, das wollen die nicht, die Deutschen. Ja, aber man kann ja sagen, zum Beispiel, es gibt mehr Steuern auf Feuerwerk erstmal. Zum Beispiel. Oder zentrale Feuerwerke, Pro Start 1 und so. Ja, stimmt. Da kann man schon ein bisschen langsam anfangen. Ja, es ist wie mit Fleisch, ne? Man hat Angst, darauf zu verzichten, aber es tut nicht weh. Ja. So ist es. Also, wenn das mit dem Iran weitergeht, haben wir vielleicht einfach bald globales Feuerwerk. Da hat sich das... Das ganze Jahr Silvester. Schau. Krieg statt Silvester. Das ist auch ein schönes Motto. Das könnte ein Wahlspruch sein, oder? Ja. Wer muss noch Silvester feiern, wenn man das ganze Jahr Krieg haben kann, ja? Stimmung statt Sicherheit. Das ist doch eine schöne Sache. Dann feiern wir Silvester in Zukunft mit Stille. Das wär's, oder? Dann ist Silvester der einzige Tag im Jahr, wo es richtig still ist. Ja, und keine Klappe. Drei, zwei, eins! Ja, doch. Ist. Hat was. Ja, das, also dazu aber die größte und schlimmste Sache. Du hast es bestimmt gehört, Daniel. Ape Crime. Die haben sich ja aufgelöst. Kennst du Ape Crime? Apropos, apropos. Du bist irgendwie so auf YouTube unterwegs, bis auf deine eigenen Produktionen. Da muss ich gestehen, leider nicht so. Ja, ist ja nicht schlimm. Oh, danke. Das war nur... Darf ich sitzen bleiben? Du darfst sitzen bleiben. Er guckt nur Nosterafo TV. Ja. Es hat diese Woche halt wirklich... Andere komische Band aus Erfurt. Kenn ich nicht. Es hat halt diese Woche wirklich die YouTube-Trends dominiert. Das, äh, kennst du ja, Ape Crime waren so drei Leute, ja? Ja. Der André ist nämlich jetzt der Uncoole, der hat nämlich einen Song gemacht und hat gesagt, lass sie los, Fake Friends. Und die anderen haben zwei Statement-Videos gemacht und haben geweint dabei. Oh. Ja. Und das ist für mich immer so ein bisschen sonderbar, besonders bei, wie hieß er? Nicht André, der André, der André, Jan, genau, Jan heißt der. Ja, der hat halt das Video geschnitten und hat aber das wirken lassen, wenn er weint. Er hätte halt diese Momente rausschneiden können. Nee. Er entscheidet sich aber dazu. Aber jetzt, wenn ich jetzt hier mal kurz emotional werde, das lass ich mal drin. Das ist so ein bisschen komisch für mich immer. Also, wenn ich ein Video schneide, denke ich mir, ich schneide halt das Fett vielleicht weg. Fast so authentisch wie das Outing von Miguel Pablo. Was ist mit dem eigentlich jetzt? Ich dachte, es ist Fake. Ich glaube, also viele sagen, dass es Fake ist. Es ist noch nicht gelöst. Das ist so ein YouTuber, der jetzt so tut, als wäre er ja schwul und hat ganz peinlich sich geoutet vor der Kamera und hat dann so einen Typen so geküsst, so ganz seltsam distanziert, so ein bisschen und ganz komisch und aufgeregt. Und jetzt spalten sich alle so ein bisschen. Ist es echt, ist es nicht echt? Ich sage, es ist nicht echt. Vor allem muss man auch an anderen Typen knutschen, um zu sagen, dass man schwul ist oder was? Richtig, richtig. Ja, das war wirklich ein bisschen komisch. Ich stehe nicht mehr auf Frauen, es hat sich geändert. Na, vielleicht schwul sein jetzt plötzlich in. Und deswegen muss man das machen. Wenn es in ist, warum nicht? Robin? Ja, ich überlege auch schon. Cool. Ich schaue, ob man damit Klicks holen kann. Und noch eine wahnsinnig wichtige Meldung. Ich will es ein bisschen aufpauschen. Der Papst hat eine Frau geschlagen. Ach ja. Was? Das habe ich mir gar nicht wieder aufgeschrieben. Aber ich habe es gestern gesehen. Der Papst hat eine Frau geschlagen. Nein, das habe ich ja mitbekommen. Er hat sie halt nicht geschlagen. Doch, er hat sie geschlagen. Ach komm, erzähl es. Es ist Folgendes passiert. Also, er hat ein Schlagring aufgezogen. Genau. Hat die Frau fisten wollen, ist aber ausgerutscht und dann voll auf die Nase. Nein, und zwar ist er einfach so rumgewalkt, rumgestappt so. Und dann kam halt so eine Frau, wie halt Fans so machen. Sie hat ihn angefasst so, oh Papst Franziskus, ich liebe dich. Und sie hat ihn aber nicht losgelassen. Aber er wollte halt weiter. Dann hat er ihre Hand so ein bisschen so weggepatscht. Ja. Und jetzt hat er sich entschuldigt dafür. Es wurde durch die Meldung. Er hat sie geschlagen, komm. Er hat sie geschlagen. Er hat sie vergleichen. Welche Medien musste man lesen, um das zu erfahren? Bitte? Welche Medien musste man lesen? Facebook. Facebook. Facebook ist ja eh die Nachrichtenquelle. Ich habe meinen Bachelor gemacht. Meine Daily News. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das gelesen habe. Ich glaube, Welt oder sowas. Also, bei mir ist es nicht aufgeploppt. Aber ich glaube, wer war denn da neben mir? Ich glaube, Metai oder so war der gestern neben mir. Und bei dem ist es hier so Google News mäßig aufgeploppt, glaube ich. Papst schlägt Frau. Wann tritt er ab? Wann tritt er zurück? Ja, weiß ich nicht. Lebt der andere noch? Ja, ne? Der lebt noch. Ob der jetzt wieder einspringt? Da komme ich übernehmen wieder, komm. Ja. Ja. War das nicht auch ein Deutscher? Oder war das... War zum Glück ein Deutscher, ja. Dann können wir ja den jetzt wieder... Da kann die Bild wieder berichten. Ja, ich habe übrigens vergessen, den übelsten Aufhänger hier zu nutzen von Australien. So diesen Kommentar überzuleiten, weil dadurch bin ich aufmerksam geworden. Es gab eine Newsmeldung, ich gucke ja gerne mal in internationalen Medien, ich glaube, das war auch Reuters bekommen oder so. Da ging es um die 500 Millionen gestorbene, beziehungsweise vom Feuer getöteten Tiere in Australien in dieser ersten Woche. Also mittlerweile ist ja wahrscheinlich noch viel mehr passiert. Und darunter war ein Kommentar, ein sehr ausführlicher, ein 5... Also man hat immer nur so Zeichen begrenzt, ich glaube 1000 Zeichen, also 5000 Zeichen langer Kommentar, der sehr pessimistisch ist für die Zukunft. Was du mir geschickt hast von Reddit. Genau, genau. Und das war am 25. worden der gepostet und das hat mich schon eine Woche lang gut begleitet. Das war ein richtiger Downer. Das war ein richtiger Downer, ja. So ein Typ, der halt schon sagt irgendwie, das bringt alles nichts mehr, alles ist schon zu spät und Amazonas brennt. Auch mit sehr vielen Quellen verlinkt, vielleicht nicht immer die allerseriösesten Quellen und ich habe es jetzt auch nicht einfach so hingenommen, aber ich habe zumindest halt dieses Gedankenexperiment gemacht. Was ist, wenn das stimmt? Wenn er recht hat, beziehungsweise seine Quellen auch recht haben, dass allerspätestens 2040 alles zusammenbricht, weil so eine exponentielle Steigerung ist durch Klimaflüchtlinge, durch Hungersnöte, durch Fluten, durch Stürme, durch Brände. Die SPD. Durch die SPD. Ja. Wenn das wirklich alles so exponentiell gesteigert wird, dass dann 2040 wirklich keine Gesellschaft mehr möglich ist, dass hier wirklich dann die Anarchie ausbricht. Das wäre ja schade. Tino wird gerade ein bisschen fest in der Hose, ja. Nein, aber halt wirklich so, dass du, weiß ich nicht, dass die Sahara hier hochwandert, weißt du, dass dann hier die Stürme, dass hier auch nicht so geil ein Leben ist, ne? Jetzt mal Anarchie, nicht nur Hongkong-Anarchie, sondern wirklich nicht so geil. So Anarchie-Anarchie. So, dass du halt wirklich auch nach Essen irgendwie im Boden wühlen musst und so. Aber schon so früh, meinst du? Aber 2040, oder? Er hat gesagt 2040. Wir haben noch 20 Jahre Zeit. Ach komm, noch Zeit, chillig. Komm, ist richtig. Das ist kein Grund zu handeln. Ich finde, jetzt können wir nochmal 10 Jahre alt noch nichts machen. Da können sich doch Zukunft Daniel, Robin und Tino drum kümmern. Ja, eben. Sein Konsens war auf jeden Fall, oder beziehungsweise das seiner Quellen, dass quasi alles, was du auch jetzt noch machst, um es zu verhindern, dass es das halt nur abschwächt. Aber dass es das nicht verhindert, wirklich. Du kannst doch nicht die ganzen Bäume wieder kompensieren, die abgebrannt sind. Genau, das war auch ein großer Punkt, dass du eigentlich eine Billion Bäume pflanzen müsstest. Und gleichzeitig dürfte aber auch kein weiterer Baum abgeholzt werden, um das zu kompensieren. Und das im Verhältnis zu dieser Team Trees Aktion, die wir letzte Woche angesprochen haben, wo 20 Millionen Bäume gepflanzt wurden. Im Verhältnis zu einer Billion, das ist irgendwie so gar nichts. Und also ist auf jeden Fall sehr pessimistisch gewesen. Wollte ich zumindest mal ansprechen, weil es mich schon beschäftigt hat. Dann überlegst du natürlich, wenn du weißt, hey, in 20 Jahren spätestens ist die Gesellschaft hier over. Was machst du dann? Du musst uns retten, Daniel. Dann bist du doch jetzt nicht 16 und sagst, dann mach ich jetzt aber mal eine schöne Ausbildung zum Glasbläser. Weißt du? Aber es hat mich zumindest mal zum Denken gebracht. Wenigstens einmal. Wenigstens einmal. Ausnahmsweise habe ich mal gedacht. Aber Schokolade soll helfen bei Trauer. Stimmt. Also statt Klimaschutz einfach Schokolade verhalten. Ja, wie gerne. Wäre ich dabei. Komm, egal. Aber freu mich, bitte. Ja, also meine Idee war ja einfach Klimaschutz sexy machen. Vielleicht so mit Schokolade. Schokolade. Ich überlege gerade, wie man Umweltschutz sexy machen kann. Kakao ist auch nicht gerade das Nachhaltigste. Ja, stimmt. Irgendwas mit nackten Frauen und Brüsten. Da stehen ja viele Menschen drauf. Wenn Greta sich für den Playboy auszieht vielleicht. Das ist gut, wenn ich hier. Das ist gut, wenn ich hier. Wenn sie 18 ist. Ja, genau. Ich glaube, sie ist gerade 17 geworden. Kann das sein? Also nächstes Jahr dann und bis 40. Bis dahin muss die Erde sich noch gedulden. Ja, wir haben eh bis 40 Zeit. Natürlich spannend. Oh Mann. Ja. Ja, mehr Titten. Ich überlege gerade. Fleischverzicht zum Beispiel. Ja. Wer weniger Fleisch isst, sieht mehr Fleisch. Mehr Titten irgendwie. Nee, irgendwas mit Titten muss da rauskommen. Vielleicht allgemein mit Pornos. Muss er nicht nur auf das weibliche Geschlecht beziehen? Ja. Ja, schon. Also die Welt ist ja sehr brustfixiert tatsächlich. Ich glaube, nach Pinnissen fragen die wenigsten Leute oder nach Nacktmännern. Kommt auf an, wen du fragst, ja. Ja gut, wo wir gerade so apokalyptisch daher reden. Es gab auch eine Analyse, dass in 2019 der Wert oder der Netto-Wert von den 500 reichsten Menschen der Welt um 1,2, jetzt ist wieder aufpassen, Trillion, aber das ist englische News, also Billion, Billiarde, nee, Billiarde ist es. Was, Billiarde? Na klar, eine Trillion ist eine Billiarde, oder? Ja, ich glaube schon. So, kommt doch auch hin. 1,2 Billionen ist ja nichts, wenn Jeff Bezos alleine 110 wert ist. Es muss Billiarde sein. Ist so. Aber Jeff Bezos ist nicht mehr der reichste, es ist jetzt wieder, wie heißt der andere? MC Microsoft? Ich komme nicht darauf. Ja, ähm. Der hat ihn überholt. Bill Gates. Bill Gates. Ja. Bill Gates ist mir persönlich ein bisschen sympathischer, aber einfach nur, weil man gehört hat. Der hat irgendwann mal irgendwas gespendet. Das ist ja vielleicht ein bisschen netter. Einmal, ja. Tino, du bist ja auch großer Fan von Kapitalismus. Wie sieht das die SPD? Der Markt regelt, oder? Der Markt regelt, ja. Der Markt regelt auch das Feuer in Australien. Ja, klar. Wir haben mal gesprochen über ein Maximum, dass man nur noch so 2 Millionen besitzen darf und der Rest muss dann investiert werden wieder in die Wirtschaft. Und das klingt erstmal ganz cool, weil du den Reichen ja nichts wegnimmst, sie müssen halt ihr Geld, was sie einnehmen, wieder ausgeben. Und das sorgt dann wohl für mehr Wohlstand für alle. Aber ich hab jetzt von einer Freundin gehört, dass das zu einer Inflation führen könnte, weil dann die Sachen immer teurer werden. Weil dann so viel Geld auf dem Markt ist irgendwie. Der Kapitalismus ist ja eigentlich so ausgelegt, dass er wirtschaftet und gleichzeitig wieder dann investiert. Im gleichen Zuge. Aber das passiert halt nicht, weil Leute geizig sind. Deswegen Sozialismus. Das sagt Daniel Gratsch von der SPD. Nicht Linkspartei. Nicht Linkspartei. Nein, Spaß. Alles ironisch gemeint. Ja. Nee, Sozialismus nicht. Nee, achso. Ist nett. Ja, also ich bin auch kein großer Fan. Wie gesagt, ich denke jetzt seit der letzten Woche noch mal ein bisschen radikaler, was das angeht. Also radikal heißt in dem Sinne nicht, dass ich wieder wie Tino irgendwelche Leute zusammentreten möchte, aber es ist einfach nicht geil. Elizabeth Warren, die ja auch so ein bisschen Richtung Bernie Sanders ist, die hat jetzt ihren Plan vorgeschlagen, dass ab 50 Millionen, was sehr kulant ist, ab 50 Millionen muss jeder einzelne Dollar, eine Person, die mehr als das verdient, mit zwei Cent besteuert werden. Also zwei Prozent, ne? Ja. So. Und da schlackern auf jeden Fall schon die Ohren, aber alleine das... Die arme Mittelschicht. Alleine das, ich weiß nicht, wie jetzt genau die Rechnung war, alleine das würde... Ja, die arme Mittelschicht. Alleine das würde halt so viel Geld generieren. Und das sind nur zwei Cent pro Dollar. Ist echt nicht viel, ja. Aber ich sag halt wirklich, es muss nicht... Welche Person muss Jeff Bezos sein oder Bill Gates? Warum braucht man mehr als eine Billion an Nettovermögen? Er weiß, was passiert. Hä, 2040 ist bald. Ja. Bis dahin muss man noch irgendwelche Raumkapseln bauen und Planeten finden. Zur Sonne fliegen und da vielleicht die Sonne besiedeln? Nee, ich find's wirklich eklig. Ich find's wirklich eklig. Geld? Ich hab... Hast du das auf... Ich hab in Instagram gepostet. Bist du auf Instagram? Ich bin auf Instagram. Boah, krass. Unfassbar. Ich hab so eine Werbung bekommen, hab irgendein Video angeschaut, was auch politischen Kontext hatte und unten drunter war Werbung, Investment, Bra, irgendwas, ich weiß nicht, wie es genau hieß. So verdienst... Nee, so profitierst auch du von der Politik von Trump. Wow. Klicke hier. Hab ich gesehen, stimmt. Und ich denk mir, vielleicht will ich nicht von der Politik von Trump profitieren. Vielleicht find ich das ekelhaft. Weil so viele Sachen, die für einen irgendwie von Vorteil sind, sind für einen anderen wiederum wie einfach nur Scheiße. Du musst mal hoffener werden, Robin. Ja, stimmt. Nee, ich find's wirklich einfach nicht mehr geil. Schade. Ich möcht das nicht mehr. Ich möcht das alles nicht mehr. Ich find das doof. Aber wenn jetzt Trump irgendwie eine Milliarde überweisen würde... Mir? Ja, dir persönlich. Würde ich an dem. Und er sagt, hallo Robin, ich hör euren Podcasts jede Woche. Dann immer. Er ist so amazing, so gorgeous. Ich versteh zwar nix, aber... Doch, er spricht Deutsch, glaub ich, oder? Was? Nee, nee, nee. Deutsch spricht er nicht. So ein bisschen vielleicht. Da war auch irgendwie... Das hat er auch irgendwie künstlich aufgebauscht. Irgendwas mit seinen deutschen Vorfahren. Und da hat er ja auch vor zwei, drei Monaten gesagt, ich hab deutsches Blut. Wo dann Merkel so ganz komisch... Ah ja, stimmt. Genau, ja. Weil es hat Merkel dann ganz komisch geguckt, weil das ist jetzt nichts, womit man sich so sehr brüstet in Deutschland. Das kann ich ja nicht wissen, der arme Trump. Also ich find's eklig, wollte ich einfach nur mal sagen. Ich möchte nicht von Trumps Politik profitieren und reden wir über schöne Sachen. Plastik sitzt in Frankreich. Plastik? Single-Use-Plastik, Einweg-Plastik, ist jetzt in Frankreich quasi ab diesem Jahr verboten. Also Strohhalme und... Die setzen ja nur diese Regelung um, die ja eh schon beschlossen ist, ne? Ist halt auch vernünftig. Das ist für mich auch immer der Punkt, wo eigentlich alle mitgehen müssten. Selbst Leute, die sagen, ach, CO2 ist ja gar nicht so schlimm. Ja, selbst die müssten ja einsehen können, dass wenn Plastik im Ozean ist, dass das nicht so geil ist. Ach nee, es gibt auch Leute, zum Beispiel auch in meiner Verwandtschaft, die sagen, ja nee, das ist ja alles von Medien aufgepauscht. So viel Plastik schwimmt da nicht. Es gibt da keine Plastikinseln. Warst du schon mal dort, Daniel? Warst du schon mal dort? Ich hab keins gesehen bisher. Ja, aber das beste Argument ist auch, halt zu sagen, es gibt weniger Müll. Ja. Und das ist halt, es ist CO2 ungebunden so. Also Müll hatte nichts mit CO2 zu tun. Aber ist Plastik auch so schlimm für die Meere? Haben die Fische was zum Spielen? Ja. Ah ja, und es gibt immer Nahrung. Hä? Ja? Es gibt auch Menschen, die essen Plastik, um weniger essen zu müssen. Immer einen vollen Magen, ja. Die Fische. Ja, aber wie gehst du da mit deiner Familie um? Das ist ja gerade eine spannende Frage. Ich hab das hier auch mal Thema vor 20 Folgen oder so. Ich hab nämlich eine Impfgegnerperson in meinem Familienkreis. Mein Beide. Ja. Und gestern haben wir da wieder drüber gesprochen. Hab ich nämlich mit Franz diskutiert, dass du ja auf die Leute zugehen musst und die da abholen, wo sie stehen. Und dann meinte er, ja, also so, ich find das nicht gut, weil du musst da halt klar sagen, ich finde, da musst du klar Haltung zeigen. Das macht die SPD ja auch ganz gerne mal, oder? Wir müssen in dieser Situation, müssen wir jetzt Haltung zeigen. Nee, ich find's nicht gut zu sagen, ja, vielleicht hast du ja recht, kann man mal drüber nachdenken. Aber ich finde, du musst halt wirklich konkret sagen, es ist Quatsch. Absolut. Und ich hab nicht mal zu dieser Person gesagt, du bist dumm. Ich habe zu dieser Person gesagt, hier sind 10 Links mit Studien, mit hier in diesem Land gibt's immer weniger Impfungen oder Impfgegner zu masern. Exponentiell dazu, äh, nee, äh, wie sagt man, ihr weißt schon, im Verhältnis dazu, ich bin grad ein bisschen verbreitet. Relativ, oder? Ja, also ihr wisst, was ich meine, aber genau dazu, im Verhältnis stehend, sind ansteigende Masernfälle. Vielleicht überlegst du mal, ob das Quatsch ist, was du tust. So, ich hab nicht gesagt, du bist dumm, mach das anders. Aber es stimmen würde, aber... Genau. Aber es hat nicht mal das dazu geführt, dass die Person sich mit diesen Links auseinandergesetzt hat. Klar. Und wie soll das dann bei einer fremden Person gehen? Ja, ich kenn's ganz oft, dass man sie maximal für den Moment begeistern kann. Und dann sagen, ja, du hast schon recht, aber am nächsten Tag oder beim nächsten Treffen wieder umgeschwenkt sind. Das erlebe ich sehr oft von Verwandten und Freunden. Naja, erstmal nicht direkt sagen, ja, deine Meinung ist total blöd. Sondern erstmal fragen, warum hast du die Meinung, wo hast du die Information her? Und dann damit umzugehen, hey, wie kommt es dazu, dass du so eine Meinung bilden konntest? Und damit den Quellen umgehen, die meistens sie nicht nennen können. Und wenn sie keine Quellen nennen können, dann sind sie schon mal sehr unsicher. Ja. Oder sie wollen sie nicht nennen, weil die Quellen, ja, ein so ein YouTube-Video und so ein Facebook-Post sind. Hast du gelesen. Meinungsfreiheit heißt ja auch, leider auch Quatsch erzählen zu dürfen. Man kann Dummheit nicht verbieten, hat Philipp Rössler mal gesagt. Und Dummheit schützt nicht vor Strafe, ne? So ist es auch, tatsächlich. Ja, also, das ist wirklich so ein Thema, das hat mich auch gestern da wieder so aufgebracht. Das habe ich schon gemerkt, weil es halt diese persönliche Komponente einfach hat. Und wenn du dann denkst, okay, vielleicht passiert da mal was, aufgrund einer nicht gegebenen Impfung, dann hast du halt dieses Gefühl von, haha, ich habe es dir gesagt, aber so willst du dich ja dann nicht fühlen. So, du willst ja dann nicht irgendwie, haha, hier, jetzt ist eine Person gestorben, die ich mag, uh, ich hatte recht. Was ist denn das für eine Scheiße so? Und deswegen ist das halt wirklich ganz schön tricky. Aber ist ja ab diesem Jahr zumindest bei Masern Pflicht. Franz kam dann halt an mit Gebärmutterhalskrebsimpfung oder sowas. Und da habe ich ja auch gesagt, okay, aber du impfst ja jetzt Kinder nicht. Das ist ja ein super spezieller Fall, dass da irgendeine Freundin von ihm da mal was irgendwie allergisch oder so reagiert hat. Und der Arzt gesagt hat, impf dich mal gegen Gebärmutterkrebs, irgendwie sowas. Aber du impfst ja deine Kinder nicht gegen Gebärmutterkrebs. Das sind ja super spezielle Fälle. Es gibt ja schon Mumps, Masern, Röteln, so diese Geschichte. Ich dachte, alle jungen Mädchen bekommen diese Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs. Wüsste ich nicht. Echt? Du klingst voll ernst. Ja, ich dachte, klingt das wirklich. Alle junge Frauen. Das glaube ich nicht. Also wir glänzen ja ab und zu mal mit Halbwissen, aber das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also liebe Leserinnen und Leser des Podcasts, wenn ihr mehr wisst über Impfungen bei jungen Mädchen. Ich dachte echt, das müssen alle machen. Dass es so eine Art Pflicht ist oder zumindest ein Angebot ist, dass man das bis 14 Jahren umsonst bekommt. Irgend so was gab es dann mal. Ist das Pflicht? Ich weiß es nicht. Franz meinte, es gibt irgendwie 18 verschiedene Varianten von Gebärmutterkrebs und zwei sind impfbar oder so. Ich weiß es nicht genau. Ja, aber wie gesagt, das ist ein super spezieller Fall. Mir geht es eher um so Krankheiten, die man dann halt vielleicht als Kind bekommt. Die echten Menschen bekommen, nicht nur Frauen. Ja, genau. Wir machen hier öfter mal so einen kleinen Spaß, aber die Leute sind ja intelligent. Ja, die meisten, ja. Ah ne, also wenn ich jetzt ein Lied schreibe für Korn und es aufführe, dann muss man... Stimmt, da haben wir doch gar nichts drüber geredet. Stimmt, auch ein richtiges Thema. Du bist ja Gast, wir müssen ja jetzt auch den Gast nochmal kurz zu Wort kommen lassen. Du machst ja auch Musik. Ja, versuch's ja. Und ich sag's dir ganz ehrlich. Ich bin über eine Werbung auf Facebook aufmerksam geworden auf den Song, wie heißt der? Fuck. Das erste. Wenn. Wenn, genau. Was wenn? Ja, ich wusste, es war so ein kurzes Wort, deswegen war's grad nicht. Genau. So. Auf Facebook durch Werbung. Und da hab ich drauf gedrückt. So. Ja, ein Klick mehr. Ja, uh. Ja. Also ich fand die Idee schön, dass du in der Stadt bist und Klavier spielst. Aber ich sag's ganz ehrlich, ich fand es ein bisschen lustig, mich darüber... Zu amüsieren, wie du, also sagst du ja, radikal reibt und der Mut mutiert und so. Ja, das war Alliteration, ne? Ja, ja, genau. Und ich hab dann einfach... Warum beliebt die Wortspiele? Genau. Ich hab mir einfach Spaß draus gemacht, dann so, der Rassismus rasiert und solche Sachen hab ich dir halt gesagt. Das ist auch gut gewesen. So, deswegen bist du halt überhaupt für uns auf dem Schirm gewesen, weil ich dann halt nach und nach so ein bisschen gesprochen hab mit meinem Cousin so, der Rassismus rasiert und das Gras grasiert und solche Sachen halt. Ja. Das war dein Song über... Nee, war das zur Europawahl? Nee, da hast du noch einen extra Song gemacht, ne? Ja, zur Europawahl war noch ein extra Song. Aber der war auch, glaube ich, zur Europawahl irgendwie zwei Wochen vorher. Ja, zwei Wochen vorher. Ja. Und dann hast du... Du kannst ja auch mal selber was sagen, ich muss ja hier nicht alles vorwegnehmen. Du hast auch noch über Plastik beziehungsweise über Tüten was gemacht. Hast du eine Tüte für mich? Ja, sehr gut. Bist du auch warm, tatsächlich, ja. Genau. Willst du ja irgendwie sagen, was so deine Ambitionen sind oder ob du das... kriegst du Geld dafür? Nee. Noch nicht. Noch nicht? Mal gucken. Also nicht dafür, ja. Nee, ich studiere ja Musik auf Lehramt und da hab ich ein Schwerpunktfach, das heißt, ich schulpraktisch Klavier spiele. Da spiele ich Klavier und singe gleichzeitig. Eigentlich covern wir da eigentlich nur von Volkslied bis Jazz, Pop, alles Mögliche. Und da muss man auch natürlich eigene Lieder schreiben und Wenn war zum Beispiel mein erster eigener Song. Okay. Genau. Und dann, ja, kam das irgendwie gut an und dann auch Alice End, also eine Filmemacherin. Die kenne ich auch, ja. Genau. Die hat, fand das so cool, hat gemeint, ja, hey, lass uns zusammen Musikvideo machen und dann ist daraus noch mehr entstanden und seitdem arbeiten wir zusammen und haben alle möglichen Sachen schon raus. Hat die alle gedreht, ja? Ja, hat alle gedreht. Cool. Genau. Das letzte zum Beispiel ist zur Landtagswahl mit Lieber Bernd. Lieber Bernd? Das war hier im ... Das ist geheim. Das war hier zumindest in Weimar, wo es gedreht, ja. Man sieht das doch. Ja, ja, ja. Kann ich auch zensieren, wenn du willst, aber ... Hallo, Podcast, du offene Tür. Das ist halt auch so eine Situation in diesem Studio hier unten, da ist gerne mal jemand, der reinkommt. Ja, wenn du es noch nicht gesehen hast, schau es mal an. Gibt es auch einen kleinen Chor noch, musst aufpassen. Ist das echt geheim? Ja, die Location möchte nicht genannt werden, weil sie Angst hat vor Reaktionen, aber ich glaube, die Wahl ist jetzt schon her. Aber das sagt schon ganz schön viel aus, oder? Ja, das sagt leider viel aus. Aber ich verstehe ja auch die Befürchtung. Ja, aber ... Das sind doch öfter mal so Bands, die ... Man sollte zumindest immer mal wieder betonen können, dass das nicht normal ist. Dass man Angst haben muss, wenn man als Location irgendwie bekannt wird. Ja, das ist absolut wahr. Aber man weiß auch nie, wie das Video ankommt. Ja, das stimmt auch wieder, ja. Und es ist halt direkt gegen Bernd Höcke gerichtet. Ah. Ach, der ist das. Ach, der war gemeint. Ja. Hat er nicht noch so einen anderen Namen, Tino? Nee. Landolf? Also, die meinst du, ja. Ja, schön. Landolf Bernd, Landis. Ich muss aber zumindest sagen, dass ich es etwas radikal von dir finde. Ich bin ein großer Gegner von Plastikmüll und so. Aber ich finde es radikal von dir, dass du Leute zu dir einlädst. Und die wegschickst, ne? Und die wegschickst, weil sie mit einer Plastiktüte ankommen. Nee, Alufolie. Oder Alufolie. Ja, schon ein krasser Move, ja. Weißt du, die bringen Essen zu deiner Party mit, versorgen dich zu Hause mit Essen und du sagst, nee, verbisst du euch. Das Essen behalte ich. Das ist sehr radikal, ja. Also, da geht es jetzt um seinen Song. Hast du eine Tüte für mich. Aber noch radikaler finde ich, dass ich mein Rettenerkor mit ganz viel Einweggeschirr kommen lassen habe. Ja. Ja, stimmt. Und die haben sich ultra gefreut. Oh ja, lass uns aus einer Plastikflasche trinken mit Strohhalm. Fand die richtig geil. War eine gute Darsteller auch. Die Oma hast du und die Opa hast du. So, boah, Bratwurst, Fleisch und so und ihr mit auch veganen, tollen Sachen. Bloß der Sound ist nicht so geil geworden. Irgendwann im Hochladen von der Audio-Teil. Ja, passiert. Ich weiß ja nicht, was du da für Ambition hast. Ich habe auch das eine oder andere Lied schon mal gemacht. Ich habe eins mal aufgenommen mit meinem Handy und habe dann hinterher gemerkt, dass der Lautsprecher, also das Mikrofon schon so kaputt ist, dass du die ganze Zeit so ein Fiepen hast. So ganz leise. Stilmittel. Ja, genau. Einfach die nur zertugend gemacht. Tino, wir müssen die Woche zusammenfassen und bewerten. Die Woche. Ja. Es weiß, weiß ich nicht, was ist im Abzimmer. Grefelder Zoo, hallo. 11 von 10. Ja, Affen, Affendings, ja. Ja, Affensau, nee, Umweltsau. Affensau. Ja, meine Schrift ist ein bisschen seltsam die Woche. Und der Papst, der die Frau geschlagen hat, neues Jahrzehnt. Nach Wikipedia nicht, ne? Ja. Weil wir zählen ja nicht ab Jahr 0, sondern ab Jahr 1. Ja, habe ich mir auch durchgelesen, weil ich diese Diskussion hatte. Aber im Endeffekt sagst du halt die 10er Jahre, die 20er Jahre so und da ist das dann egal. Voll Idioten überall auf der Welt. Ja, die aber mit ihrer Korrektheit, was Fakten angeht. Also ich würde die Woche schon hoch bewerten, weil dieser Affenhausbrand, das war schon was krasses, weil auch in der Stadt, wo das war, Krefeld, wollte noch einen Antrag. Da passiert ja sonst nichts. Eben, erstens das. Es gab noch einen Antrag, wenige Monate vorher, überhaupt Böller zu verbieten und solche Geschichten und da ist abgelehnt worden. Okay. Das war sehr ironisch. Ich weiß nicht. Aber ich muss jetzt noch ganz so, ich habe mich wirklich nicht beschäftigt. Haben die das mit Absicht gemacht oder war das ein Unfall? Klar, die Omas haben sich radikalisiert und die Anti-Aff heißen die, nicht Anti-Aff. Ne, es kann ja sein, dass sie mit Absicht dahingeschossen haben, ohne die Absicht zu haben, 30 Affen zu töten. Ne, es war keine Absicht. Die waren doch völlig verstört wohl und verschreckt, als sie zur Polizei gegangen sind. Sie sind völlig, völlig mit Nerven. Haben ihre Fackeln und ihre weißen spitzen Kapuzen schnell weggetragen. Ganz schockiert. Oder Antiprimaten, Antiprimaten, egal. Ja, also ich würde fast schon auf eine Acht gehen. Eine Acht? Ne, da gehe ich nicht mit, Tito. Da rebelliere ich. Ja, aber der Dritte Weltkrieg könnte anfangen. Das stimmt. Ja, okay. Und die Affen vor allem waren wichtig für den Tierschutz, weil die Affen benutzt haben, um die Rasse aufrecht zu erhalten. Okay, Tito, ich würde mit der Acht mitgehen, weil wir haben ja auch 50 zur Ausgabe. Wir haben genau vor einem Jahr die nullte Ausgabe hochgeladen, exakt am dritten Ersten. Und wir haben einen so schönen Gast heute da. Tatsächlich, ja. Die Haare on fleek, ja. Da kann man von mir aus auf die Acht gehen, da fangen wir das Jahr gut an. Ah, danke, das freut mich. Da kommst du auf einen Jingle so. Wobei ich in dieser Iran-Sache dann doch nächste Woche auf eine Vier die Daumen drücken würde. Ich habe nicht so Lust, dass das eskaliert. Aber wir werden sehen. Wenn es uns nicht betrifft. Ja, stimmt. Ist ja weit weg, oder? Deutschland hat ja jetzt auch so viel Weltkriege gemacht, da können wir ja aber einmal aussetzen, oder? Eben. Die machen das unter sich aus. Einmal nicht jetzt hier, einmal, wir machen mal, wir gucken mal zu. Wir haben ja genug zu tun mit unseren Krefelder Affen. Richtig, mit Kreta und so. Ja. Wir gucken mal zu dieses Mal. Hast du Kreta gerade Krefelder Affe genannt? Uns Kreta, habe ich gesagt. Stimmt, dieses Deutsche Bahn-Sing, das war ja auch ganz groß, ne? Naja. Was, Eimann? Nee, Kreta versus Deutsche Bahn, aber das war ja letztes Jahr. Ach so, das ist schon ewig, ja. In Internetzeitalter war das ja letztes Jahrzehnt. Ungefähr. Lustig, Leute. Ja. Was sagst du eigentlich? Was gibst du für eine Woche Bewertung? Ich hätte auch die 8 gegeben. Auch die 8? Super. Siehst du, siehst du? Ich finde eure Bewertungsstile ganz cool, ne? Danke, danke. Kann man lassen. Ja, dann würde ich sagen, wir bedanken uns, dass du hier so mehr oder weniger kurzfristig reingekommen bist. Das war ja eigentlich schon ein anderer Zeitpunkt geplant und dann hat sich das alles hier verschoben, weil Radio Lotte so professionell ist. Erfreue ich doch immer gerne. Danke. Vielen Dank. Schön. Nee, sehr sweet. Euch allen viel Erfolg da draußen, ein schönes Jahrzehnt. Bleibt dem Brennpunkt gewogen. Hört Daniel Kratzsch gute Musik. Ja. Guckt Robins Videos und kauft meine Probe. Ja. Vielen Dank. So machen wir das. Und wählt Tino. Und wählt mich auch mal. Ich verstehe dich schon fast nicht mehr. Die Musik ist schon wieder so laut. Wie bitte? Aber ich kriege jetzt hier schon einen Hörstoß. Hör mal die Musik aus, ich höre dich gar nicht. Was? Was? Hast du die Tüte für mich? Ja. Hey, boys. Hey, boys.